Boah, was ist das? Ich glaub, da ist die OG-Mucke. Ich bin die OG-Mucke, Digga, nice. Du kannst die Dinger kaputt machen. Also, mit Schaden angezeigt. Wenn die Tommy Gun wieder hier drin ist, Digga, spiel ich so auf Fortnite. Die Tommy Gun ist einer der Lieblings-Fortnite, brauchst du keine AR mehr. Ich hab keine MP so wirklich. Hast du bei das nicht mehr. Ich würd die Waffe hier haben, Digga. Die Waffe trotz die Waffe. Na? Ja. Was? Wieso? Dann hör ich ja Luca nicht mehr. Und Arne. Arne? Ja. Guck dir das an. Komm raus, du noch. Ja, boah, wie viele bei der Tommy Gun sind, Digga. Naja, ich bin auch. Ich bin ganz oben in der 88. Die Zahl, Digga. Ich kann nicht mehr springen. Ey, Mannu. Jonas, bist du Grau-Mütze? Oder welche bist du? Nein, ich bin... Hier, komm mal ganz nach hinten. Komm mal... Geh mal zu Tommy Gun, dann nach hinten. Ganz nach hinten. Also, wer kann der Tommy Gun? Dann bin ich. Komm mal her. Hier, bist du da bei diesem Flugzeug? Ja, jetzt. Ja, hier bin ich. Hier, hier. Hier, hier. Hallo. Wo ist Arne? Arne, hast du schon Skins? Und diesen blauen... Dieses blaue Reptil. Blaues Reptil. Ich wollte dann sagen Blau-Mütze, aber... Und ich bin auf der Rückseite. Mit einem Ninja-Schwert hinten dran. Das ist plastic. Okay So, jetzt kommst du gleich, ne? Ja, es ist 허 reliegen. allem ghostsäolzher 94 successfulная! Alles... Alle Geier auf die Top... Alle Geier auf die Topic Gun, ne? Sì already getting up. Die Topic Gun ist... Die Topic Gun ist fast kaputt, Alright! Ja Wahrscheinlich wird das, was kaputt ist, halt raus... Also reingenommen in das Spiel. Das will ich so hoffen, alright. die Tommigun ist so geil Ich glaub, der kommt hier raus ja, ist draußen Tommigun, hier! M1, M1, E-Bates Nein, meins, meins Die Tommigun ist... Ey, nein, ne? Bis zu den Wolken Mir ist so kalt, Alter Ah, Digga, nice Oh mein Gott, der Vulkan Der Vulkan, der Vulkan, Digga Guck mal den Vulkan an Er rastet komplett aus Er eskaliert, er eskaliert Er eskaliert Er war etwas anders am Mocklauf, Digga Wie weit bin ich denn? Alter, guck mir das mal an, Digga Alter, guck mir das mal an, Digga Alter, was hat er Er macht auch noch drauf Oh, diese andere Das ist ein Daddy Ja, Retail ist weg Alter, das, 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 die ist weg, Digga Nee, Retail 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 ist weg gerade Ach, das ist... Retail, ja Und da ist einer noch auf Tiltet Einer noch auf Tiltet Der geht auf Tiltet Der geht auf Tiltet Der geht absolut auf Tiltet, Digga Ey, Arne, ne? Nee, Polat, die Guck mal, der geht auf Tiltet Nee, Shifty, ne? Ja, was ist das denn? Nee, das ist die Shifty Nein, Shifty Das ist diese Eisfläche Komm, einer muss auf Tiltet gehen Der geht auf Tiltet Der geht auf Tiltet Oder auf Shifty Ey, die gehen alle drei auf Tiltet Der geht auf Tiltet, Digga Scheiße Lappel L ist tollen RIP, Digga Alles ist weg Von Tiltet Alles ist weg Oh, jetzt kriegt er eine Nachrichtung Boah Tiltet Da muss ich aber hin, da der Ende Äh, aber Arne, ne? Verlinke ich mir bitte in der Videobeschreibung, ne? Hehehe Alter Der, ich lass den Tiltet gehen Ach, du hast den Tiltet, Digga Tiltet, es kommt nicht RIP Das Mangebäude, es kommt nicht weg, Digga Anders Was? Alter, was ist hier denn geschehen? Nein Der hat Tiltet Naja, ich bin direkt Tiltet Ich will hoffentlich für die Tiltet Ah, die Tiltet Einer hat die Tiltet Einer hat die Tiltet Ja Nein, die Tiltet Ich spiel immer hier Ich geh mal zu Retailroad Ja, ich auch Ich drück jetzt auf Wiesborn Kann man nicht drücken Verlassen kann man noch nicht, Mann Der ist komplett am Marsch Ist so, Digga Aber wurde auch schon angesagt Das Heldetowers hier kaputt gemacht werden Tiltet Tiltet Ey, Mann, hoch Oh Gib mir doch die Tommi Die Tim Tim Aber nice, dass die Tommi gar nicht zunäßt Lass mal der Nachbarer mit ihm spielen Hehehe Das war ein